Das ist unser Schwarzer, immer mit Elias! Ich habe mich zugetraut, muss ich ehrlich zugeben, heute war die Leistung, würde ich behaupten, größtenteils schon überzeugend. Man hat natürlich die Dosen jetzt auch nicht an die Wand gespielt, aber kämpferisch war das auf jeden Fall einwandfrei. Man hat ja gerade auch in der ersten Halbzeit, wie ich finde, defensiv die Sache schon insgesamt gut gemacht. Immer wieder so den letzten Fuß dazwischen, auch wenn man natürlich die vielen Abschlüsse der Dosen so im Gesamten nicht verhindern konnte. Aber generell gegen die aktuell überperformende Mannschaft in unserer Liga einen Punkt zu holen, würde ich sagen, ist okay. Und ja, mit bisschen Glück, mit bisschen Glück wäre vielleicht sogar ein klein wenig mehr noch drin gewesen. Kommen wir zur Partie. Im ersten Durchgang würde ich mal sagen, ja, man hatte das Ganze so in den ersten zehn Minuten ganz gut im Griff. Die Salzburger maximal mit halbwegs gefährlichen Aktionen nach vorne. Und ja, in Minute zehn die erste Riesenmöglichkeit für Sturm. Barley, der sich durchsetzt, spielt den Ball rüber auf Röcher. Und ja, Thorsten Röcher hat dann wirklich Pech. Sein Abschluss wird erst abgewehrt von Stankowitsch. Und vor der Linie knapp dann noch ein Salzburger, ich glaube, mit dem Kopf, der eben das fast schon sichere 1 zu 0 verhindert. Und wenig später ist es dann aber doch passiert. Ich glaube, so Minute 18, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, eben die Führung für unsere Fleckis. Die Aktion relativ schnell gewesen. Den ersten Abschluss, den habe ich gar nicht ganz mitbekommen. Auf jeden Fall hauchdünn noch abgewehrt vom Salzburger Oli Stankowitsch. Ich glaube, die Latte hat er auch mitgespielt. Auf jeden Fall springt der Ball zurück ins Feld. Und dann ist Ivan Lube stelle, der eben abstaubt und zum 1 zu 0 für unseren SK Sturm Graz. Dann auch trifft die Salzburger in weiterer Folge. Zwar schon mit Abschluss, da war das Zielwasser. Das fehlte ihnen doch komplett. Also gerade Soboslai oder auch ein gewisser Haaland, die den Ball weiter übers Tor daneben oder drüber setzen. Insgesamt muss man sagen, die Salzburger hat zwar schon hier und damit Platz, aber nicht so wirklich gefährlich, wie man es von den Dosen erwartet hätte. Insgesamt, ja, denke ich, unsere Fleck ist eben konzentriert in der Defensive. Die erste Halbzeit geht dann eben auch mit dem 1 zu 0 für Sturm zu Ende. Im zweiten Durchgang passiert dann eigentlich weitestgehend wenig, so bis Minute 70. Gleich nach der Pause gibt es zwar ein Abseits-Tor für Salzburg nach einem indirekten Freistoß. Das wird aber eben nicht anerkannt und danach passiert relativ wenig. Man hat Salzburg im Griff. Die Dosen, klar, wollten schon aufs Tor gehen, aber unterm Strich hat man es, wie gesagt, nochmal sehr gut gemacht. Danach so aus dem Nichts, für mich eigentlich in einer Phase, wo das Ganze ein bisschen eingeschlafen ist, das 1 zu 1 für die Bullen, der Torschütze Keuter. Ich muss ehrlich sagen, genau in der Situation habe ich natürlich weggeschaut. Der Ball soll von der Innenstange da nochmal reingegangen sein. Nach dem Ausgleichstreffer, klar, die Salzburger haben dann versucht, ein bisschen in Richtung Druck was aufzubauen. Trotzdem finde ich auch in dieser Phase unsere Fleckis noch relativ defensiv souverän. Danach so in Minute 80 herum ein Freistoß für unsere Schwarz-Weißen. Der eingewechselte Despodorf ersetzt den als Aluminium. Nach der Möglichkeit von Despodorf dann trotzdem wieder stur mit vereinzelten Chancen doch das glückliche 2 zu 1 zu erzielen. Nachdem Despodorf außerhalb des 16ers eine Flanke reinbringt, ist es leider hier Lender, der doch ja ein bisschen übermütig den Kopfball dann übers Tor drüber setzt. Unsere Fleckis, ja, haben wie gesagt, dann doch immer wieder auch Platz. Aus Korn dann, klar, die Salzburger immer mit einem Abschluss so zwischendrin, aber meistens wie im ersten Durchgang geht das Ganze über das Tor oder dann doch daneben. Barley hat dann noch eine gute Möglichkeit, wird schön in den Lauf geschickt. Ja, leider der Abschluss dann doch aus guter Position. Sehr, sehr, ja, ungefährlich im Endeffekt. Und die letzte Möglichkeit bei Sturm, dann noch ein Schuss, der ans Außennetz dann geht. Wer es geschossen hat, da ist man sich ein bisschen uneinig. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Entweder Leitgib oder doch Despodorf. Im Endeffekt bleibt es jedenfalls beim 1 zu 1. Ich würde sagen, unterm Strich leistungsgerecht. Mit bisschen Glück wäre auch mehr drin gewesen. Aber ja, ein Punkt gegen den wohl auch dieses Jahr sehr, sehr souveränen Meister ist, glaube ich, unterm Strich in Ordnung. Vor dem her schreibt ihr mir natürlich noch gerne in die Kommentare, was ihr zur diesmaligen Partie sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.